Willkommen im Sportbannerama mit Paddy Kählin. Schön, dass Sie sich für uns entschieden haben. Guten Abend und willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Willkommen bei uns in der warmen Sportstube, wo es heute unter anderem um eine Weltmeisterin und ihren Weg zurückgeht. Corinne Sutter ist nach ihrem schweren Trainingssturz wieder zurück auf der Piste, muss sich aber Zeit lassen. Ein Jahr nach dem Tod von Diego Maradona kämpfen die Fans immer noch mit dem Verlust ihres Idols. Heidi Ullrich ist die schnellste Windsurferin der Welt und hat noch lange nicht genug von der Rekordjagd. Und dann freue ich mich hier auf Besuch im Studio und zwar auf Besuch vom Trainer des Schweizer Frauennationalteams im Fussball. Mit Nils Nilsen werde ich über das bevorstehende wegweisende WM-Qualifikationsspiel gegen Italien und das ist eine große Herausforderung. in der